Ha 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 Huuu Ha 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 Soll ich euch einleiten oder so? Kannst du gerne machen, weil die sind ja neu zu dem Ding Darf ich in das Bett reinspringen einfach so? Nein Ist mir egal Lass das Kissen machen Ich wollt die Zuschauer nehmen Die falle ich nicht runter, Alter An die Leute, die sagen, dass ich keine *** bekomme Denkt nochmal ganz genau drüber nach Also das da vorne ist meine Katze Das hier neben mir ist meine Ehefrau Und das ist mein Ex-Freund Ich glaube, die haben irgendwelche Drohungen genommen Ja, ich habe meine Tabletten genommen Das ist die Finger von meiner Freundin Alter, du hast einen Arsch wie ein Mädchen, Junge Hupen Kuck meine Brille einfach nach da Hupen 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 Schatzi, komm her Hupen 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 Ich bin suggests, ein Fisch. Ich bin so nett, aber ich bin so nett, aber ich bin so nett. Da sind die Shayne zugelachen. Da ist auch ein Fisch! Ich bin so nett, da ist meine Shayne! Ich werde das fisch! Hörn wir nichts mehr! Der Baby! Soll ich ne Montage von dir machen, wie wärs damit? Mach das nicht dann! Showtime! Das ist doch schon Showtime! Das ist mein Video an... So, wisst ihr was, das Video ist jetzt endlich zu Ende. Wenn ihr noch mehr mit denen sehen wollt... Pech gehabt! Aua! Witzig! Witzig, genau! I have a house! You are the house! Das Haus sieht gut aus!